Es fing damit an, dass ich einen Roman über Rüstungsexporte schreiben wollte. Und ich bin dann bei der Recherche darauf gestoßen, dass der Bundessicherheitsrat Exporte nach Algerien im Wert von 10 Milliarden Euro verabgenehmigt hat, 2011. Und dann fing ich an zu recherchieren und fand das einfach sehr spannend. Schon so allein die Frage Rüstungsexporte nach Algerien, wo ja möglicherweise auch ein arabischer Frühling ausbricht, das ja kein wirklich demokratisches Land ist, das aber eine sehr spannende Geschichte hat und einfach sehr interessant ist. Und da dachte ich dann, das ist mein Land. Ihre Geschichte kommt mit erstaunlich vielen Details daher, mit vielen interessanten Einzelheiten zu den Örtlichkeiten in Algerien, zu den Lebensgewohnheiten der Menschen, zur Geschichte des Landes und so weiter. Wie haben Sie denn für das Buch recherchiert? Na, ich habe so die übliche Recherche gemacht. Das heißt, sehr viel gelesen, mit Leuten gesprochen, mir Bücher besorgt, Internet. Und war dann vor eineinhalb Jahren eine Woche in Algerien zur Recherche und habe eben dort auch nochmal mit Leuten gesprochen, vom Goethe-Institut, vom Bundeskriminalamt, von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und da kriegt man dann schon so natürlich keinen wirklich detaillierten Einblick und eine wirklich fundierte Kenntnis. Aber man kriegt schon so einiges mit von so einem Land. Und reicht dann eine Woche, um sich die zum Teil wunderschönen Landschaften anzuschauen, die Sie beschreiben auch in Ihrem Buch? Nein, ich war nur in Algier. Ich war also leider nicht in der Kabülei, wo die Hauptfigur des Buches ja dann auch noch hinfährt, diese Bergregion in der Nähe von Algier. Das liegt aber einfach daran, dass ich alleine unterwegs war. Und es ist nicht ungefährlich, in Algerien allein zu reisen. Die haben ja einen Al-Qaida-Ableger, der eben auf Entführungen vor allem spezialisiert ist. Und es gibt Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes. Und gerade Kabülei ist eben so ein Gebiet, wo man weiß, dass Dschihadisten unterwegs sind. Im Norden Algierens. Im Norden Algierens, genau. Die deutsche Rüstungsindustrie spielt eine große Rolle in Ihrem Buch. Woher haben Sie die Fakten und Insiderinformationen? Hatten Sie sowas wie geheime Informanten? Nein, also das kann man alles nachlesen. Oder man ruft dann beim Bundeswirtschaftsministerium an oder beim Auswärtigen Amt oder wo auch immer. Man halt Informationen braucht. Aber das sind keine Geheiminformationen. Das meiste ist wirklich im Netz. Es gibt ja auch Rüstungsexportberichte der Bundesregierung, wo das alles detailliert aufgeschlüsselt ist. Es gibt Zeitungsberichte. Und wenn man ein bisschen sucht, dann findet man das alles. Und man stößt immer auf offene Ohren und auf auskunftswillige Menschen. Oder gibt es da auch schon Grenzen? Also meine Erfahrung war, die Rüstungsfirmen selbst wollten nicht mit mir reden. Auch Lobbyisten wollten nicht mit mir reden. Aber die Bundesbehörden, also Wirtschaftsministerium, Auswärtiges Amt, auch Bundeskriminalamt, die waren so nach, in der Regel nach Absicherung, waren die durchaus bereit, mit mir zu reden. Haben natürlich keine Interna verraten. Beziehungsweise dann auch klar gesagt, also das ist jetzt unter uns, das kann man nicht schreiben. Also die waren sehr offen, ja. Aber die Rüstungsindustrie hat komplett geblockt. Ja, ich habe jetzt nicht viele Firmen angefragt, aber ich habe zum Beispiel Heckler & Koch zweimal angefragt und nie eine Antwort bekommen. Ich habe einen EADS-Lobbyisten angefragt und da hieß es dann, das wird nicht gemacht. Ich meine, das verstehe ich natürlich auch. Die wollen ja nicht, dass ihre Geschäfte an die große Glocke gehängt werden, weil man ja weiß, wie die Mehrheit der Deutschen zu Rüstungsexporten steht, letztlich. 70 Prozent sind dagegen rund. Und diese Waffendeals deutscher Rüstungsfirmen spielen eine zentrale Rolle in ein paar Tage Licht, also Lieferung von Panzern, Maschinengewehren, Militärfahrzeugen und vielem mehr in Länder, in denen eben von Demokratie kaum die Rede sein kann. Diese Deals werden ja von der Bundesregierung, genauer vom Bundessicherheitsrat, abgesegnet. Wie ist eigentlich Ihre persönliche Haltung zur Rüstungspolitik Deutschlands? Das ist eine schwierige Frage und die Frage hat mich während des Schreibens begleitet und ich habe immer noch keine Antwort gefunden darauf. Aktuell ist meine Haltung dazu, Rüstungsexporte sind sicherlich nötig. Man sollte sie aber, finde ich, auf EU-Länder begrenzen, beziehungsweise auf NATO-Staaten, also verbündete Länder. Und man sollte strikt eben nicht in Krisenregionen exportieren, beziehungsweise in Ländern, in denen eben es keine Demokratie gibt und in denen die Menschenrechte nicht geachtet werden. Einfach aus dem Selbstverständnis eines demokratischen Staates heraus. Wie kann man an Saudi-Arabien Panzer liefern? Wie kann man an Algerien Panzer liefern? Das werde ich nicht verstehen. Das war so die Hauptfrage eigentlich. Warum wird es dann denn gemacht, wenn es so offensichtlich ist, dass es einfach nicht demokratisch ist? Naja, man ist dann ganz schnell bei der Frage, wie mächtig ist denn die Rüstungsindustrie, die deutsche, gegenüber der Politik? Wer hat eigentlich das Sagen? Das kann man natürlich nicht so genau sagen, aber man weiß, dass die Lobbyisten der Rüstungsindustrie sehr, sehr mächtig sind. Es heißt, dass jedes größere Rüstungsunternehmen direkten Zugang zum Kanzleramt hat. Man weiß, dass viele Politiker sehr nah an Rüstungsunternehmen stehen und sozusagen schützend die politische Hand drüber halten. Wenn man sich jetzt überlegt, der Anteil der Rüstungsindustrie am Bruttoinlandsprodukt ist 1,5 Prozent. Das ist also wirklich gering. Am Gesamtexport haben Rüstungsexporte, ich glaube 0,12 oder 0,13 Prozent. Also das ist eigentlich eine vernachlässigbare Größe. Es gibt zwischen 80.000 und 100.000 direkt Beschäftigte in der Rüstungsindustrie. Auch das ist nicht so wahnsinnig viel. Und man kommt immer wieder zu der Frage, warum wird trotzdem so viel aus Deutschland exportiert? Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagte vor kurzem, er stimme Helmut Schmidt zu. Nämlich es sei eine Schande, dass Deutschland zu den größten Waffenexporteuren gehört. Das sagt Helmut Schmidt. Auch er, Gabriel, sei dafür, dass das Parlament Entscheidungen des Bundessicherheitsrates revidieren könne. Denn diese Entscheidungen des Bundessicherheitsrates werden im Geheimen gefällt und sind bisher unumstößlich. Das finden viele Menschen in Deutschland empörend. Das ist eine Riesendiskunktion auch gewesen. Aber wenn Sigmar Gabriel sowas sagt, klingt das für Sie glaubwürdig? Ach, ich bin wirklich so naiv, dass ich dem glaube, was die Leute vor Publikum möglicherweise in Zeitungen sagen. Also ich gehe davon aus, dass das stimmt. Und das wäre natürlich ein Schritt, dass man das Parlament eben zustimmen oder ablehnen lässt. Deutschland Radio Kultur, das Radio Feuilleton. Wir sprechen mit dem Autor Oliver Bottini über sein neues Buch Ein Paar Tage Licht. Ein Kriminalroman, ein Wirtschaftsthriller, in dem die Rüstungsindustrie, die Deutsch, eine große Rolle spielt und der sich in Algerien abspielt. Lassen Sie uns ein wenig über Ihr Schreiben reden. Den Sachbuchthemen, zu denen Sie schreiben, kann man ja entnehmen, dass Sie ein zutiefst friedliebender Mensch sind, denke ich jedenfalls. Sie haben über Meditation geschrieben, über Buddhismus, über Zen und Qigong. Im Krimi geht es ja, also in diesem Krimi speziell auch, geht es zum Teil ja sehr brutal zu, so wie im Leben leider auch. Was reizt Sie an der Form des Kriminalromans? Also sehr friedliebend, da möchte ich jetzt doch mal widersprechen. Ich habe ja schließlich auch 15 Jahre Kung-Fu gemacht. Also ich beschäftige mich schon mit beiden Sachen in irgendeiner Form. Grundsätzlich friedliebend natürlich schon. Ich versuche, Geschichten so darzustellen, wie sie realistischerweise sein können, ohne jetzt Gewalt explizit zu formulieren. Also ich will ja nicht irgendwelche voyeuristischen Impulse bedienen oder so. Ich muss keine grausamen Szenen detailliert schildern. Das, was ich sagen will, kommt, glaube ich, auch auf die Art, wie ich es dann schreibe, rüber. Aber natürlich gehört Gewalt dazu, wenn man jetzt eben über solche Sachen schreibt, die in Algerien geschehen oder Gewalt ist mit Waffen verbunden. Das macht ja auch keinen Sinn, einen Roman über Rüstungsexporte zu schreiben, in dem dann keine Gewalt vorkäme. Ihre Bücher sind, das möchte ich noch dazu sagen, wie es eine Kollegin vom Deutschlandradio Kultur immer formulierte, frei von esoterischem Geschwafel. Das wird auch in ihrem Wikipedia-Eintrag zitiert. Steckt da ein wenig die Angst dahinter, man könne sie in die ESO-Ecke verfrachten? Also ich bin Ihrer Kollegin da seit vielen Jahren sehr, sehr dankbar dafür, dass sie das geschrieben hat oder gesagt hat, weil das immer wieder dann zitiert wird. Ich weiß es nicht. Also ich denke, meine Bücher geben keinen Anlass für Esoterik oder für diesen Vorwurf. Weder die Sachbücher über Buddhismus, Meditation und so weiter, noch natürlich dann die Kriminalromane. Ich habe mit Esoterik relativ wenig am Hut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt viel mit mir zu tun hätte. Ihr neuer Roman heißt, wir haben es mehrfach erwähnt, Ein paar Tage Licht. Warum haben Sie sich für diesen Titel entschieden? Ich finde, der klingt ja eher weniger nach Krimi oder Politthriller. Ja, das ist wahr. Die Titelsuche ist immer sehr schwierig und meistens ist es so, dass wenn ich dann schon sehr viel geschrieben habe und mittendrin bin, dass dann irgendwie ein Wort oder eine Formulierung kommt, wo ich das Gefühl habe, das fasst den Roman gut zusammen oder verschiedene Aspekte des Romans. Und diesmal war es halt so ein eher poetischer Titel, Ein paar Tage Licht. Der kommt ja vor in Bezug auf die Hauptfigur, Ralf Ehlei, diesen Beamten des Bundeskriminalamtes in Algier. Hat aber eigentlich mehr mit seiner privaten Situation zu tun, als mit seiner beruflichen. Es ist dann immer die Gefahr, dass die Leute natürlich denken, das kann kein Kriminalroman sein. Naja, gut, aber ein bisschen Risiko ist ja auch in Ordnung. Haben Sie ganz herzlichen Dank und auch vielen Dank für diesen wirklich spannenden Krimi, der mich gepackt hat von der ersten bis zur letzten Seite. Ein paar Tage Licht von Oliver Bottini und danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.